Wer kennt es nicht, außer den Nichtraucher? Es gibt manche Menschen, die haben einfach schon alles mögliche probiert, um mit deinem Rauchen aufzuhören. Aber es gibt hier eine neue revolutionierende Methode, die dir helfen wird, dich vom Rauchen zu entwöhnen. Und diese möchte ich dir jetzt vorstellen. Und zwar ist es eine Quantenmeditation und eine Quantensuggestion, eine Kopplung aus Hypnose und ganz, ganz tiefen Techniken, die das Ego umgehen und direkt das, was du möchtest, im Gehirn umprogrammieren mit einer ganz neuen Form der Hypnose. Diese Meditation durchläuft mehrere Phasen, eine Induktion, eine Vertiefung. Dann trittst du in die Quantenwelt ein, öffnest dich der vielen Möglichkeiten und dann werden eine neue Programmierung gesetzt. Ursprüngliche Suggestionen oder Hypnosen sind sowas wie, ich bin Nichtraucher, ich bin Nichtraucher oder der Appetit oder die Lust am Rauchen vergeht und so weiter. Aber Quantensuggestionen sind anders. Sie verwenden am Anfang eine Metapher. Das heißt, unser Unterbewusstsein funktioniert ganz einfach. Es nimmt Bilder und Emotionen und dadurch diese zwei Sachen, diese zwei Komponenten aktivieren sofort ein gewisser Neuronenmuster. Das heißt, wenn wir ein Bild oder eine Metapher ansprechen, die emotional gekoppelt ist, dann können wir, dann aktivieren wir sofort das Neuronenmuster und können mit einer, dann die Programmierung setzen und die können wir danach verstärken durch folgende Aussagen. Ich mache dir ein paar Beispiele. So wie der Regen die Erde reinigt, so reinigt sich mein Körper von den Toxinen des Rauchens mit jedem rauchfreien Tag. So wie die Wolken am Himmel vorüberziehen, so ziehen die Versuchungen und die Sucht nach dem Rauchen an mir vorbei und hinterlassen Klarheit und Freiheit. So wie der Wind alte Blätter davon trägt, so trägt er auch meine alten Rauchgewohnheiten fort und bringt frischen Wind und Gesundheit in mein rauchfreies Leben. Da diesen Aussagen zum Beispiel merkst du, so wie der Wind alte Blätter davon trägt und ja, das heißt, das ist eine ausgesprochene Grundwahrheit und ein Bild. So trägt er auch meine alten Rauchgewohnheiten fort, dass du nimmst diese Grundwahrheit und sagst dann unter Bewusstsein, dass deine alten Gewohnheiten fortgetragen werden und bringt frischen Wind, das ist sozusagen die Essenz dahinter, in meine frischen Wind und Gesundheit in mein rauchfreies Leben. So wie der Regen das Land nährt und neues Leben ermöglicht, so nährt meine Entscheidung mit dem Rauchen aufzuhören meine körperliche und geistige Gesundheit. Und diese Quantensuggestionen, da gibt es ungefähr 10 bis 15 verschiedene, mit verschiedenen Ansätzen. Diese werden dann dreimal wiederholt in einem tiefen Trauszustand und dann wirst du eben aus der Hypnose rausgeholt. Und dann hast du sozusagen einen Effekt, wenn du in dieser Phase bist, wo du weniger rauchen möchtest oder grundsätzlich eine Rauchentwöhnung machst oder mehr Rauchen aufhören willst und das regelmäßig hörst du dreimal am Tag, dann wirst du auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Effekt in Bezug auf deine Gewohnheiten, deine Süchte, vor allem dein Rauchen erleben. Ja, lass dich überraschen, was passiert. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass es bei dir gut funktioniert. Es ist auf jeden Fall eine neue revolutionäre Methode, um mit dem Rauchen aufzuhören. Und ich kann es kaum erwarten auf dein Feedback, wenn du das getestet hast. Ich empfehle dir auf jeden Fall, die ersten sieben Tage, das dreimal am Tag zu hören, wenn nicht sogar noch öfter. Und ich würde das Programm einfach 21 Tage lang durchziehen, musst du nicht dann ab dem siebten Tag, musst du es nicht dreimal am Tag machen, vielleicht in der Früh und am Abend. Und dann wirst du merken, wie nach 21 Tagen du dich von deinen diesen Gewohnheiten komplett entkoppelt hast. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Du kannst es übrigens kostenlos testen, sieben Tage lang in unserer Brainwave 3D-App. Lade sie dir einfach im Apple Store oder im Android-Store einfach kostenlos runter. Und dort kannst du sozusagen dann sieben Tage lang in der Kategorie Selbstprogrammierung diese finden und dann damit arbeiten. Also viel Freude dabei und bis zum nächsten Video.